Gerade in unserem Unternehmen, der Webraun-Melsung AG, sind wir von der Entwicklung über die Produktion, den Vertrieb, die Logistik, die ganzen Verwaltungsbereiche, aber auch übergreifend in der Kommunikation mit unseren Kunden sehr stark und digital vernetzt. Der ECDL beinhaltet ja die Bestandteile, die wir auch in der Anwendung im Umfeld entsprechend brauchen. Das ist ein maßgeschneidertes Produkt, was wir im Unternehmen auch einsetzen und es bringt auch den jungen Menschen, die bei uns eine Berufsausbildung beginnen, einen erheblichen Vorteil. Es ist keine Voraussetzung, sondern wir schulen es. Das ist anwendungsbezogenes Wissen, was wir vermitteln. Dafür braucht es eine Kultur im Unternehmen, die das auch ermöglicht. Und ECDL ist da ein Bestandteil von diesem Anwendungspaket, was wir entsprechend anbieten. Für uns ist es wichtig, dass die Auszubildenden, gerade zum Thema Digitalisierung, nicht nur mit Smartphone und Tablet umgehen können, sondern letztendlich auch in der Office-Produkte-Welt unterwegs sind. Also wir haben 120 Auszubildende pro Jahrgang. Den ECDL erwerben die Auszubildenden alle im Laufe des ersten Ausbildungsjahres und zum Beispiel Logistiker machen in vier Modulen ihren ECDL und andere Berufsgruppen bis zu acht Modulen. IT-Sicherheit, Datenschutz, Datenschutz-Grundverordnung. Excel zum Beispiel ist ein Punkt, den wir alle brauchen, sehr intensiv, weil wir ständig mit Datenvolumen umgehen und von einer Datenbank in die nächste etwas rüberschieben. Es ist ein Vorteil für den Bewerber, für die Bewerber, weil sie damit einfach dokumentieren, sie sind auf einem entsprechenden Standard IT-technisch unterwegs.